Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Duffes. Heute spielen wir ein Spiel, da geht es um eine Person, die in der letzten Zeit durch eine Bild-Reportage, ne nicht Bild, Spiegel-Reportage, Entschuldigung, berühmt worden ist. Das ist dieser gelbe Typ im Anzug, das ist ein gelben Polizei-Wahnwesten-Anzug da, das ist unser Matis, das ist der Anzeigenhauptmeister und heute werden wieder viele Anzeigen verteilt, in meiner Rolle Anzeigenhauptmeister. So, erstmal für das wunderschöne Gepferd fahren, damit wir auch mal richtig schön fahren können, das geht so. Halt, Stopp. Nein, runter da! Aha, ok. Ah ja, der erste Fall ist schon gemeldet, ja? Es gibt eine Anzeige unten im Punkt, weg hier! Anziehungshilfe! Ah, gut. Ich ziehe nicht eigentlich, dass man lustig verhasst, das ist ein eigenes Ziel im Leben. Oh! Ah! War nichts, meinst du? Ich wollte keine kassieren, ups! Darf ich ja nicht? Ok, passt her. Irgendwann habe ich jetzt keiner erwischt, oder wie? Ok. Oh, jetzt hat mich keiner gehabt. Auch gut, ok. 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 Nein! Ich habe kassiert! Verdammt! Ich habe kassiert! Ich habe kassiert! So, was schicke ich hier bei, wo man hätte es nur müssen müssen. Wo? Hallo! Headset! Wo? Ihr wolltet ihr heute eine Spielsau und ich auch nicht. Wurscht! Egal! Was einfach nur weiter geht! Ne, 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 ne! Ne, ne, ne! Uhuhu! Hier ist geil! Weißt du was? Kann ich das? Ach so! Ich bin ein Fanboy! So sagt man es mal gleich wer! Ah, ich muss doch mal wie mein Idol werden! Ich will auch immer so ein richtiger Anzeigen Hauptmeister werden! Der Matthias! Ui, geil! Oh, ihr denkt das er verkürzt doch eine Schmalker sich hat! Oh, die Anziehheit! Das gibt, das gibt ein Bussgeld von 500 und einen Punkt! Ist der weg! Der Sack! Oh, du wohnst! das ist kein fahrstand weiter die anzeigen verteilen in der anzeigen großmeister das ist ja kein bock auf mich an dass wir alles hier verkauft werden wird eine andere frage ernst aber jetzt oder dafür dass ich kritik äußern glaube ich bin verschwunden bin jetzt da unten fliege und ich hab schon geschafft mich durch die welt zu packen so nur anfangen muss auch verschlafen einfach mal durch die welt zu packen so ein game na gut ist die games das sind für mal mit dem boogie an einmal packt er gerade durch den fahrer zappel auch gut es war völlig die welt gepackt habe ich schon das ist schon erfüllt aber schon geschafft weg weg für mensch wo antikon den punkt ich bin ganz braver bürger es ist so moralisch wirklich aber also moralisch was er macht ist halt einfach einfach scheiße moralisch aber ich bin dann lustig ja ich verstehe grundsätzlich also mein grundsätzlich der guter macht aber selbst schon mal eine gemeinde ermittelt ja schon gegen den grüft sogar hinter den zu verklagen wie immer anzeigen amtsanmaß oder sowas und sehr schön wenn man geben selbst der gemeinde auf sich keinen bock hat die 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 ich mache nicht auch ständig eingestraft hat einen fahrer auf ihren weg stehen lässt also eigentlich du kriegst den punkt du kriegst den punkt du kriegst den punkt mit schlagen herr kommissar hilfe so und ich sag mal wenn ich oder wie so wo ist der 10 hallo hallo ok wir die 10 haben dann packen wir irgendwie machen wir irgendwie pack ich es was soll der klitzhafen weiter rein ich kann wirklich rein null ist ein buggy aber gespielt ja komm ich finde doch sicher irgendwo easter eggs er kommt easter eggs mit easter eggs me hubertchen und dann kann ich es knicken kann man nicht kann ich die Grenzen brauchen, fliegen kann man nicht. Neeeeh! Da fag ich so viel hochziehen also... Uhhh was habe ich erwartet? Den Inventor-Ding und Map, irgendwie so. Das Typ muss das wirklich mal weitermachen, das ist ein Cool-Stell. Keine Ahnung, das ist lustig. Den Typen finde ich es nicht so lustig, den Typen, den weiß ich schon so. Das Thema war ein Spiel, das ist lustig für mich. Ich muss halt den Leuten einfach fett auf die Nerven gehen. Hat doch irgendwie was Lustiges. So, da führ dich. Unvolleck kassiert, weg mit mir. So, was kann man denn noch machen? Jawolle. Was habe ich gerade gemacht? Ja, alles gut bei dir. Guck mal. Merkt mal, dass es halt einfach so ist. Es ist halt einfach ein Fun-Game. Es gibt Planzei. Ich fliege. Jochen. Jochen. Du..w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w$t! Allô!? Allô?! Allô!! Allô! Hilfaaaa!? Oh.. Hwa hwa! wir haben und 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 kuli 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 ramsam kuli 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 ramsam samsam mann na ich will das trampolin testen geht das der erste sitz das geht wieder nicht das gefühl dass das mein haus wieso habe ich das gefühl weil die salzgarten in amerika mein haus und die salzgarten ja ich bin verdammter jesus ich bin verdammter jesus jetzt fehlt mir aber die salzgarten irgendwie fehlt mir das wie ist es schon cool gewesen jetzt ist das so ich möchte noch immer auf den ersten kindern wenn der geschickt für heute die 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 und fehl auch wenn man fest wie so ein ballon aus einfach so einfach so eine blase ballon auch gut auch morgen ja ganz ungegängig ja auch mit kfd erging will er nur verklappt werden klopp 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 ich mag's kloppig jetzt will ich aber keine jagen oder wie solche frechdachse hallo ich warte darauf verpurgelt zu werden hallo will das keiner ok koppel koppel die wohnen kraft TETA! Anzeige! Der ist nicht regelgefunden, der packt sich da durch. Das war's mit dem Video, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, tschau tschau Leute, bis dann!